Josue, hinten ist Gentner, dann Schäfer, super Tor! Marcel Schäfer mit seinem fünften Saisontor, hier bereits die Verlagerung und dann Schäfer. Die ganze Defensive der Frankfurter Eintracht indisponiert bei diesem hervorragend vorgetragenen Angriff. Jetzt hat er Platz und macht sein Tor und bringt sich damit in Führung um die Torjägerkanone, 3-0 Wolfsburg. Das ist eben die Klasse von Dzeko, wie er sich da durchsetzt gegen Jung, nimmt den Kopf noch hoch, guckt den gegnerischen Keeper aus und dann ab in die Ecke zu Saisontor 22. Kein optimaler Winkel für Maximilian Arnold für einen direkten Freistoß. Versuchts trotzdem. Super Tor! Mit Mach 3 in den Winkel. Den sieht Radetzky, als er auf Höhe seines Kopfes ist. Alter Schwede, also den kann man nicht besser treffen. Wolfsburg braucht eigentlich den Dreier für mehr als nur Platz 5. Naldo, Naldo! Das ist ein fantastisches Tor von Naldo. Das ist ein Traumtor. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja nicht zu verteidigen. Wie will man das verteidigen? Und Naldo schießt den Waufel Wolfsburg zum Sieg. Und auch deshalb gehen so viele Samstag für Samstag ins Fußballstadion, um das zu sehen. Wir halten einen Körbeginn und haufen uns, was wir da. Wir halten uns nicht. Wir halten uns doch.